So, wir sind wieder am Start. Tastatur ist sauber. Ich habe sie einfach unter dem Wasserhahn gehalten. Ich hoffe, das haut hin. Ich habe die jetzt noch nicht ausprobiert. Die ist noch auf aus. Also ich kann das D wieder richtig drücken. Ich kann eigentlich alle Tasten richtig drücken. So. Ich hoffe. Ich aktiviere jetzt die Tastatur und laufe nach vorne. Hohoho. Hi. Alles klar. Dann wollen wir mal anfangen. Ich hoffe, dass ich dadurch, dass ich sie einfach unter dem Wasser angehalten habe, die Tastatur, dass alles klebrig hier jetzt weg ist. Wäre ärgerlich, wenn nicht. Wenn das gar nichts bringt. Wenn die gleich wieder anfangen zu kleben. Deswegen bin ich jetzt umgestiegen von Alkohol. Also von Vita Malz auf Karottengast. Muss ja auch passen. Hase und Karotten. So, ich helfe da vorne jetzt nochmal mit. Toll, jetzt habe ich daneben geschossen. Ja, das tut es. guck mal also teilweise mache ich auch immer wieder das gleiche gleiche Ding hier hey kramnare ich bin der einzige der hier am O-Bahn ist ne jetzt noch einer hier von da oben kommen welche nur einer ok oh den will ich haben ich glaube je mehr Leute im Event mitmachen desto krasser wird das hier in den Rücken wir schaffen na komm oh habe ich hier jetzt geladen? ja zumindest haben wir ihnen Probleme gemacht was bedeutet den Wechs schon rechnerische Verarbeitungsgeschwindigkeit? Antwort unterdrückt oh so so war hier nicht irgendwo auch noch eine Kiste? so wir ich meine klar wir könnten jetzt den Planeten wechseln aber ähm wir müssen ja auch ähm Ruf steigern und so ne so das heißt wir gucken jetzt erstmal was haben wir äh äh Präsentionskills super Multikills und Kabale besiegt wir müssen 30 Kabalen besiegen wir können natürlich hier mal so eine Quest starten Guck mal da hinten ist noch eine also Abenteuer nicht Quest also ja weiß schon was ich meine also so Patrouillen und so muss man ja jetzt nicht unbedingt machen richtig gar keinen Sinn drin aber hier diese Abenteuer zum Beispiel haben wir ja noch nicht gemacht ne Exodus Belagerung ich glaube wenn man die macht sind die weg oder? ich weiß nicht ich weiß nicht das sieht aus als in deiner Nähe ist ein getarnter Gefallener neutralisiere ihn wir müssen eine Theorie nachweisen ok das sieht aus als würde ich ähm Capshub trinken so den getarnten Stout haben wir jetzt schon gefunden oder? oder was liegt da? PAM wir haben etwas bei ihm gefunden es sind die Koordinaten der Exodus Black ganz genau wir haben erfahren dass die gefallenen Vorhaben Failsafe's Hauptdrecher zu zerstören und Ersatzteile aus ihr zu machen das werden wir nicht zulassen wir kommen Failsafe erinnert mich die Fortsetzung meiner Existenz ist eine meiner obersten Direktiven es war die Kate Einheit die die gefallenen zu mir führte er hat mich voll auffliegen lassen das ist alles seine Schuld aber hier rennt irgendwo noch so ein unsichtbarer rum ja der Captain klatsch und back is out oh hier ist nichts mehr ne ich hab da was gehört oh da kommen neue na komm na na ist auch gar nicht Pansensionskills sind bestimmt doch äh wenn ich direkt irgendwie äh Kopfschuss treffe und er daran stirbt oder nicht einen Schuss daneben gehabt hab Ha! In den Rücken Ah, ich dachte ja Klatschi So, fertig Alles klar Äh, war noch nicht fertig Ich sterb sogar fast Oh, warte Ich muss mich eingehen Einmal so Einmal so Oh, 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 oh Das war Eine leichte Knappe Sache So Werdere alle weg haben wir noch was so ich muss sie kaputt machen ach so und da was ich empfange ein gefallenen signal aus einer nahegelegenen höhle ich glaube daher kommen ihre befehle sollen wir die anführer ausschalten denn auch nicht multi kölz tun wenn das keine multi kölz wenn mehrere auf einmal sterben er hat mich da abgeschossen ok wer seid immun ich wollte den gefallenen signal wenn ich euch hier richtig ne das ist ja meine olle alles gute also feld safe ist das ja folge den gefallenen signal da links irgendwo dahinten granate zwei getroffen mein hallo Wir haben was. So Kisten mäßig und so finden wir kaum mehr an was. Na gut, verlorenes Signal, scan, 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 da. Juuuuhuuu, tschau Leute, ich bin weg. Mioam. Mioam. Geh weg! Ey, wieso kann er sich beamt? Geh weg! Geh weg, habe ich gesagt! Müssen wir da oben rein? Ja. Wuhuuu! Naja, so wuhu war das jetzt nicht. Ui! Aber die Quests hatten wir noch nicht gemacht, ne? Exodus-Belagerung. Ich? Wow! Wow ist auf dem Schlachtfeld kein hilfreicher Ausdruckgeist. Das gefallenen Signal hat seinen Ursprung hinter einer riesigen Barriere die Wexttechnologie verwendet. Offenbar haben sie sich ein Spielzeug geklaut. Da ist gerade eine Menge explodiert. Wuhuuu! Stirbt alle! Na, na, na! Na, guck mal, da oben. Da bin ich auch noch einer. Und hier wurde ich gerade abgeschossen. Was? Jackpot? Was soll ich damit machen? Jaaaa... Autsch! Da rein! Wo sind die denn? Ach! In der Zenex muss die Dicke ran! Was? Wollen die nicht gerade alle explodieren? Wollen wir alle so nahe? Hey! Das ist schon wieder so ein Ding. Ach, scheiße! Jetzt haben die mich getroffen und dadurch weggerückelt. Uhuuu! Da bin ich angegriffen. Aber erstmal die Daten einsammeln. Wo? 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 Wo, komm! Da hat er sich aber... In den Weg gestellt, wa? Oh, keine Munition mehr. Oh, okay. Alles klar. Pions! Sorry, ich dachte da wäre einer gewesen. Was ist jetzt ein bisschen los? Du? Du auch noch? Hab' davon gehört, du willst Stress... Hab' ich gehört? Hier! Guck mal... BAUW! Kopfschuss! He-he! Eahahaha! 500 Meter Entfernung. Natürlich. Okay, da muss einer rein. Die andere Kugel haben wir auch schon frei. Geile Kettenreaktion. Geile Kettenreaktion, sage ich dazu. So, wo ist das Ding? Cool, da. Wo rein? Äh, 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 da. Sehen wir mal, wer diese Gefallenen schickt, um failsafe zu töten. Und machen wir sie fertig. Moin. So ein bisschen, komm. Oh. Oh, da oben ist ein Digger. Uiuiui, was macht der Digger denn jetzt hier bei mir? Der. Wurde mich heilen. Uua. Was? stand mein eigenem hiel drin und er macht einfach und der hase und dann sagt er auch noch ich habe hause und am schuh und jetzt müssen wir alles wieder von vorne machen ja eigentlich nicht wir haben das ja schon gemacht wir sind auch gerade keine gegner ok position hätte ich gerne für die dicke bummel hi ich mache jetzt mal hier den gewotze hier weg und ich da hinten mache ich auch mal weg was die moon ich glaube es mal weg wir laufen nicht gehen jetzt sind die ganzen viecher ist mal weg ich muss schnell landen ok ok wo ist er geht weg was Was? Ui, 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 ui. Ey, wo kommst du denn her? Juhu. Okay, hier unten mal eben ausruhen. Weg! Yeah! Du Hure. Okay. Okay. Doch, da ist noch einer. Was? Funktion beendet. Okay. Gibt es hier noch eine Kiste oder was? Ist hier keine Kiste für den Mord? Traurig. Traurig. Traurig, dass es hier keine Kisten gibt. Da ist nämlich noch mit reinrutschen. Ah, fuck. Das war irgendwas equipiertes. So und jetzt, die Quest kann man jetzt immer wieder machen oder was? Ach lol, die kann man immer wieder machen. Guck mal, Prämien. Habe ich jetzt irgendwas denn geschafft? Ich habe auf jeden Fall das geschafft, eine Granate zu werben. Okay, das haben wir geschafft. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Multikills haben wir gar keinen. Und Kabale besiegt haben wir auch noch gar keinen. Ja, ich kann das ja mal verfolgen machen. Sehen wir die Kabalen irgendwo? Dahin das Grüne oder was? Nee, das ist ja das Raumschiff, oder? Ah ja. Okay, was heißt denn das Grüne da? Weiß ich nicht. Was heißt das? Das heißt meistens Kiste, Mann. Aber nicht heute. Okay, schade, dass die Abenteuer bleiben. Ich habe gedacht, dass die Abenteuer verschwinden. Ich meine, wir haben die da hinten angenommen. Sind da hinten jetzt ausgestiegen. Ich habe noch ein paar Datensätze. Juhuuu. Guck mal, der kommt freiwillig her. Aber hier steht leider auch nicht, dass man es schon fertig hat. Weil hier haben wir ja damit angefangen. Hm. Wenn er wenigstens stehen würde, hier einmal geschafft oder so, weißt du? Dann wüssten wir wenigstens, dass wir das einmal schon hatten. Okay, ich würde sagen, wir fliegen jetzt zur nächsten Quest. Oder finden wir hier irgendwo noch Kabale? Ist hier vielleicht ein Ort Kabale oder so? Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Und hier oben haben wir auch noch nicht gemacht. Exodos, Absturz. Guck mal, hier sind so viele Abenteuer. So, wir haben noch... Io müssen wir noch besuchen. Das ist ja alles machen. Sprich mit den Vagabunden. Aber wir machen das hier mal weg. Und machen jetzt den Vagabunden erstmal. Ja. Erstmal den Vagabunden. So. Dafür fahren wir zurück zum Turm. Oh, hier sind noch viele Quests. Lol, guck mal da, 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 da hinten. Vorne, überall. Quest ohne Ende. Okay. Dann bieten wir uns da hin und sammeln einfach alles ein. Alles wird eingesammelt. Ich möchte mal mein Rohr zeigen. Guck mal, mein Rohr hier. Woooo! Meine Freunde, wir sind angekommen. Erstmal haben wir Posten. Guck mal, wieviel wir haben. Check, check, check. Erledigt, erledigt, erledigt. Bestätigt. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. So, da haben wir noch eine Quiz. Hallo, Quiz. Ja. Ja. Anna glaubt, dass der Kriegsgeist Rasputin die Katastrophe abwenden kann. Er hat uns schon früher nicht geholfen. Und ich bezweifle, dass er es jetzt tut. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich kann die Stadt jetzt nur noch auf alle erdenklichen Möglichkeiten vorbereiten. Geh zu Anna. Beschaff ihr alles, was sie braucht. Rasputin schwor, die Menschheit zu beschützen. Zeit, dass er sein Versprechen einlöst. Alles klar, wir gehen zu Anna. Anna mit einem N. Ganz wichtig. Die ist nochmal ganz beleidigt, wenn man Anna mit zwei N schreibt. Anna besucht. Auf dem Mars. Alles klar. Eine Marsreise. Oh, besiege Feinde mit dem Schwert. Wir haben nicht mal ein Schwert. Trotschlinte. Ola. Ein gut vorbereiteter Soldat ist ein siegreicher Soldat. Wir nehmen einfach alles mit und was wir schaffen, schaffen wir auch. Sei nicht verschwenderisch damit. Ich bin auch nicht verschwenderisch. Oh Leute. Kommandar Zavala. Christian. Vergiss das Protokoll, Sloan. Ich will häufigere Checks vor Ort. Kümmer dich um. Ui. Was war das denn? Hier, guck mal. Warte. Hi. Ich bin du und du bist ich. War das. Ho把 đi! Momente. Klarbar. Ja, á prone. Es Independence. Phil. Halb Mann, halb Frau, halb Hackfleisch. Okay, wie kommen wir denn jetzt? Hier muss doch noch irgendwo eine Quest gewesen sein, da hinten, ne? Kommen wir da hoch? Ui, ey, wie soll man, wie soll man so ein Flummi abgedenkt sind? Was will man, Geist von mir? Alles okay? Juhu! Juhu! Ahm! Boah! Eine Markierung sagt, wie soll ich hier hin? Guck mal! Ist das die Anna-Quest? Bist du Anna? Anna! Anna? So, Anna? Ja.